Sie wollen mit Ihrem Projekt Gutes tun. Sie wollen ja nicht einfach nur irgendwas tun, sondern Sie wollen ein Problem lösen. Sie wollen wirken. Aber was genau bedeutet eigentlich Wirkung? Wirkung bedeutet Veränderung. Veränderung bei den Zielgruppen des Projektes und ihrer Arbeit, Veränderung bei deren Lebensumfeld oder auch Veränderung für die gesamte Gesellschaft. Um das zu verdeutlichen, was wir damit meinen mit Wirkung, können wir uns Wirkungslogiken anschauen. Hier zum Beispiel die IOOI-Logik, also Input, Output, Outcome, Impact. Und am besten ist, wir fangen ganz hinten an, beim Impact, also bei der gesellschaftlichen Veränderung, auf die wir zielen. Und als Beispiel kann man sich zum Beispiel Jugendarbeitslosigkeit nehmen. Das gesellschaftliche Problem, das wir wirkungsvoll verändern möchten. Was braucht man dann als Outcome? Man braucht Jugendliche, die sich auf Jobs bewerben, die in der Lage sind, Bewerbungen zu schreiben, die fit sind, die auch wissen, welche Optionen ihnen offen stehen. Als Output braucht man dann also gute Bewerbungstrainings, Coachings, Informationsveranstaltungen, die die Jugendlichen dann in die Lage versetzen, überhaupt sich für Jobs zu interessieren und zu bewerben. Und die Inputs wiederum sind dann zum Beispiel Veranstaltungen oder Informationsmaterialien, die die Jugendlichen auf diesen Weg bringen. Man möchte ja nicht irgendwelche Veranstaltungen oder irgendwelche Informationsmaterialien produzieren, sondern genau diejenigen, die am Ende auch gesellschaftliche Wirkung zeigen. Häufig wird das mit Qualitätsmanagement verwechselt. Es ist aber nicht einfach nur eine Managementfunktion und diese Logiken durchzumanagen, sondern eigentlich ist es eine Haltung. Eine Haltung, immer am Ende die gesellschaftliche Wirkung im Blick zu haben und sich auch nur daran zu orientieren. Diejenigen Projekte, die das wirklich als Haltung verinnerlichen, die werden mit vielfältigen Vorteilen belohnt. Zum Beispiel können Sie so ständig überprüfen, ob Sie noch auf dem richtigen Kurs sind, ob das, was Sie vorne tun, Ihren Inputs und Outputs, tatsächlich bewirkt, was Sie möchten. Sie können aus Fehlern lernen und schauen, wann Sie vielleicht von diesem Kurs abweichen und Sie können dann frühzeitig auch verbessern. Außerdem hilft es, nach innen mein Team, meine Mitarbeitenden zu motivieren, wenn ich zeigen kann, wo am Ende die Wirkung steht. Und es hilft mir, nach außen zu kommunizieren, was ich eigentlich für einen Mehrwert schaffe. Und nicht zuletzt ist es auch für meine Förderer und Fördererinnen gut, wenn Sie wissen, was mit Ihrer Förderung tatsächlich gesellschaftlich sich verändert hat. Mit Wirkungsorientierung können Sie auch jederzeit anfangen. Es gibt keinen besonderen Punkt im Projekt, wo Sie sagen, es eignet sich besser oder schlechter. Nehmen Sie diese Haltung, verinnerlichen Sie sie gemeinsam mit Ihrem Team und machen Sie sich auf den Weg. Haben Sie keine Angst, probieren Sie es aus, es lohnt sich.